Moin Moin und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition. Diesmal Spielwurst auf dem Hypixel Server. Die Survivor Games Runde lief ja einigermaßen okay und jetzt schauen wir mal ob wir bei Skywurst noch mal ein bisschen was rocken können. Und da beginnt auch schon die Runde. Sehr schön, passend. Dann los, 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 lass mich hier raus. Wunderbar. Nehmen wir mit. Holz. Super. In der Hoffnung haben wir hier natürlich keine Hacker wieder. Alles mitnehmen, was geht. Und da ist noch eine Kiste. Und da gibt es noch mehr Schneewelle. So. Ein, da, 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 da. Was mir jetzt ist aufgefallen, dass man kann ja die, die... na, Holz vor sich setzen anstatt dass man einmal so rumsneakt und so ein Kram, die Holz und so weiter hier auf der Map. Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, so. Geht das? Geht nicht? Ja, irgendwie. Oh Mist, ich fliege halt bestimmt runter. Und es funktioniert nicht, wie ich dachte, schade. Ja, komm. Und tschüss. Idiot. Oh, aber mein Leben ist wieder nicht so blendend. Schauen wir mal. Können wir ihn hier nerven? Ne, er hängt da drin rum. Schnell weitergehen. Gleich mal in der Mitte gucken. Hallo. Hä, warum treffe ich den nicht? Was soll denn der Schwachsinn? Ach, das waren die Lacks wahrscheinlich. Super. Oh, verdammt. Ah, wie lächerlich. Keine Ahnung, ich habe ihn irgendwie nicht getroffen, deswegen dachte ich, ich kann ja eh gleich auf Rückzug gehen. Mal gucken. Schauen wir uns den nächsten Map mal an. Hallo. Und zurück sind wir. Mushroom Map. Mal gucken, ob wir dies noch ein bisschen erfolgreicher sind als letztes Mal. Das war ja schon ein bisschen peinlich. Alles mit. Mal runtergehen. Tup, tup, tup. Da unten ist es. Ne? Ne? Fehlt da noch eine Kiste oder nicht? Geht das da runter? Oh, ich will da nicht runter. Ne, ne. Shit, ich habe immer eine Kiste übersehen. Wahrscheinlich die obere. Huch. Controller spielen wir wieder. Amok. Okay, die hatten wir schon. Letztal habe ich die ganz oben vergessen. Das könnte natürlich jetzt fatal sein. Muss auch irgendwo noch eines sein. Okay, ich kenne mich mit der Map hier nicht aus. Sehr schön. Noob. Ach, da ist ein Hacker. Ach, ich drehe durch. So eine kleine Sackratte, ne? Der ist so lächerlich. Na komm. Na, was willst du? Hm? Alter, ich hoffe, der stirbt einfach mal. Hä? Warum? Hä? Warum ist das hinter mir alles explodiert? Hm? Mal kurz hier stehen. Schauen wir mal, ob wir vielleicht... Ja, genau, fliegt alles in die Luft hier, ne? Ist klar. Ach, der ist ja schon wieder. Aber das springt einfach gleich sofort selber in den Tod. Ganz einfach. Oh, das wird nichts. So, das sieht ganz, ganz, ganz schlecht aus. Hm, zack, zack. Hm, der Klammchen. Na komm, geh an den Rand, geh an den Rand. So, das ist so doof. Was machen wir? Und der Hackert ist schon auch noch unterwegs. Na komm. Ich hole dich immer noch. Schaffen wir es. So. Na, ist er verwirrt? Ist er verwirrt? Ist er verwirrt? Kusch dich. Zwei Spieler noch. Nein, das ist bestimmt ein Hacker, oder? Oh Mann, ich muss schnell. Zack, zack. Nee, ist er nicht. Tatsache. Komm ich da hin? Na, kommt schon. Ja, willst du was? So kann man auch drohen, so. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht. Schnell gucken, dann können wir was austauschen. Oh, wir sind so schlecht ausgerüstet. Der Jungs fehlt der Helm noch. Geht es jetzt echt runter? Hm. Oh. Tatsache, hier ging es echt noch runter. Hoch? Na egal. Schnell wieder hoch. Kommt schon. Boah. So. Immer noch schlecht ausgerüstet. Der hängt da hinten immer noch. Oh, hast du dich getroffen? Hm, triff nicht. Bin ein Ninja. Like die Ninja. Da geht doch, triff nicht. Ja, komm rüber. Schneebel habe ich nicht. Kusch dich, kusch dich. Ja, voll. Haben wir die Runde gewonnen, würde ich sagen. Und wir suchen uns gleich mal die nächste Runde aus. Auch wenn mein Leben hier gerade ganz schön wenig aussieht. Bis gleich. So, dann sind wir zurück. Und versuchen wir uns jetzt mit der letzten Runde für heute. Uplah. Jupp. Sonst noch was? Ne, ich glaube nicht. Schnell runter. Boah, habe ich gerade einen Schluck auf. So. 1, 2, 3, 4. Da ist das Steinschwert. Sehr schön. Schon mal etwas, womit wir arbeiten können hier. Ja, genau. Du fliebst eher runter als ich. Oh, Mist. Das war doof. Ich hoffe, da kommt keiner. Ne, kommt nicht. Ja, kommt schon. Wird sie zu mir? Oh, da könnte er. Hupala. Und tschüss. Das war so klar, ey. Und der... Spring auch mal in den Tod. Alles klar. Huch. Oh Gott. Wenn hier jetzt einer mit Schneebellen ankommt, bin ich am Arsch. Puh. Ja, klar, ist natürlich schon jemand in der Mitte gewesen. Mann. Ich bin wieder viel zu langsam. Ach, nö. So ein kleiner, sakratischer wieder hier. Oh, wie lächerlich sie sind. Ja, auf Halbpixel ist immer so ein kleines Hacker-Problem, aber wenn man taktisch gut vorgeht, kann man... Außer sie machen sich hier mit Full-Iron-Nutzen... Äh, Full-Hupala, was ist denn hier denn das drin? Full, ne, Tier und so ein Kram, aber... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was die Kiste so dermaßen voll ist. Warte mal schnell hier. Na toll. Aber ich habe nicht das genommen, was ich brauche. Weil da nicht das drin ist, was ich will. Mist. Kleiner Hacker, ey. Ich hasse dich. Ha. Idiot. Fliegen ist nicht immer das Beste. So. Haben wir den schon mal erledigt? Dich ärgere ich mal kurz. Ist er der Letzte anscheinend? Sieht fast so aus. Komm, flieg runter, flieg runter. Mist. Du musst mir ja von der Seite herankommen. Mist. Komm schon. Autsch, meine Meerscheinchen. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner von hinten an. Und Tschüss. Und wieder gewonnen. Mit einem Kill? Naja, bisschen lächerlich. Ach ja. Ach, wisst Ihr was? Hauen wir noch eine Runde dran. Wir können es ja... Wie ist die Statistik? Kill 1, Kill 2, Kill 2, 2, 3 gespielt. Sehr schön. Schauen wir mal. zurück und jetzt aber die letzte runde und wir haben sogar ein hacker getötet das ist auch sehr schön weil wir es können oder ein cheater ist vielleicht der bessere ausdruck hacker sind klug manchmal mit dem was sie tun das sind nur dumme kleine kinder die cheaten ausgerüstet noch bekommen schnee bälle ok da ist anscheinend gerade niemand der ist weit weg guten tag und sei kontrolle dankeschön für items sehr gern genommen man war die drin ein paar schnee bälle noch ich glaube nicht unbedingt brauchen da war wohl gar keiner mehr immerhin haben wir hier frei items sehr schön war das eisenswert ist mir lieber ich wüsste wovon ich rede noch rüber zu kommen na komm jo alles klar wenn das denn kann das denn der fahrer so schauen wir mal auf ihn kriegen und zwei gegner ok und tschüss so zwei spiele sind übrig wo ist der letzte hallo schon wieder weiter hier versteckt sich bestimmt irgendwo der schlinge jo cloud da ist er ok runde gewonnen mit fünf kids ich habe was euch gefallen lassen daumen und bis zum nächsten mal